Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, warum Zobolmene anzunehmen bei Rexha, im Shergrad, an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vor Quest war auf geisterhaften Schwingern. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.0.5, also Anfang Schedulens. Das ganze sollte euch aber auch in BC Classic helfen. Falls nicht, beschreibt in die Kommentare oder live auf Twitch. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Auf Twitch bin ich zu sehen Samstag und Sonntag ab 6 Uhr in der Früh und Dienstag und Donnerstag ab ca. 17.15 Uhr. Da ist es ein bisschen RL arbeitsbedingt. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr vorbeischaut, ohne euch beschwerden zu wollen. Also, es wäre mir am liebsten, aber wie ihr wollt. So, ihr seht, ich fliege über die ganzen Mobs hinweg. Dadurch spare ich Zeit beim Videos aufnehmen. Ich hoffe, das ist ok für euch. Ich kann dadurch natürlich mehr Videos in der gleichen Zeit aufnehmen. So, Quest ist abzugeben bei Barun Zobulmene im Shirkwad an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert, dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. In der Beschreibung gibt's den erwähnten Twitch-Kanal Link. Ich hoffe, wir sehen uns mal live. I Zocke. Ende.